WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Halt doch die Gusch! So, hier haben wir jetzt alle Zeit der Welt eigentlich, bis wir zur Tür des Schreckens kommen. Bindemittel, Revolver-Munition, Bindemittel. Leer? So. Ne, hier ist nix mehr. Und ist da jemand, wenn ich da jetzt hochgehe? Hm. Jo. Autos. So, hier kommt die ja lang. Da muss ich jetzt hin und dann muss ich da hin. Hm. Ach, ich muss nicht da oben rein, ich muss dann hier rein. Da ist noch was. Da gehe ich nochmal hin. Ähm, ja, äh, da noch. Ich hätte mal versuchen sollen, zurückzugehen. Ähm, wo Axel getötet wurde. Vielleicht hat er ja den Revolver fallen lassen. Oh, Leuchtfackel. Auf Neuverkabelung zugreifen. Ich gehe es nochmal zurück speichern. Ich mache es mir jetzt mal einfach. Ich habe weniger Energie. Ist das, wenn ich zu viel laufe? Sonst haue ich mir mal ein Medikit rein. Ich schaue mir mal ein Medikit rein. Und den will ich nicht bauen. Jo, ich fühle mich wie neu geboren. Speichern. Speichern. So, und wie gesagt, wir müssen dann nämlich... Scheinmal da oben hin und dann... Also da und dann links. Aber die kommen ja von da. Ja. Ein Zugangsgenerator. Sie hat versucht, den Sicherheitsmechanismus für den Fallstuhl zu umgehen. Der Schaltkreis ist hin und dürfte kein Problem sein. Ich muss nur eine neue Datenzelle finden. Okay. Datenzelle, so. Ich glaube, die kommen von da. Dann gehen wir hier hoch. Und ducken uns mal. Okay. Wir werden sie finden und töten. Hier lang. Sie war unten. Siehst du was? Siehst du was? Ich wusste, dass das Gehalt für diesen Auftrag zu Gutfarben war zu sein. Ich wusste, dass das Gehalt für diesen Auftrag zu Gutfarben war zu sein. Das hat bloß, der hat mich jetzt gesehen. Zickzack laufen Zickzack laufen Zickzack laufen Weg, 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 weg Mann, da bin ich wieder zu lange gewartet So, ich schau mir in Medikit rein So, wir können ja auch eins bauen So, dann bauen wir noch mal eins Komponente B haben wir nix mehr Was war das? So, dann bauen wir noch mal eins Okay, wir gehen noch mal ein bisschen hoch Und durchsuchen das mal systematisch Da kann ich mich verstecken Karte aktualisiert Genau von da bin ich gekommen Strom wieder herstellen Da draußen fliegen Trümmerteile umher So, dann machen wir noch mal ein bisschen hoch Können wir hier nicht auch irgendwie aus Zufall direkt dem Alien entgegenkommen? Oh, hier kann ich mich doch zur Ruhe setzen. Ethanol, kein Jim Beam oder so? Schrott, Bindemittel, Schrott, Inventar ist voll, jo. Wird das denn angezeigt, dass hier noch was zu holen ist? Scheinbar nicht. Ich würde gerne mal speichern. Ach du Schande. Ich bin nicht hier. Ja, ich bin ziemlich ruhig Aber mir geht's auch wirklich nicht gut Aber soll ich euch mal was sagen? Ich spoilere mal ein bisschen Wo bin ich hier? Achso Ich geh hier auch nochmal rein Ich spoilere mal ein bisschen Wir werden hier eigentlich Achso, hab ich übersehen Scown Also ich spoilere nochmal ein bisschen Und zwar werden wir Beziehungsweise unsere Amanda wird das ja überleben Ob wir das überleben ist eine andere Sache Denn In Aliens Erfährt Die aufgewachte Ellen Ripley Ihre Mama Ja, dass ihre Tochter Verstorben ist und das Foto Ich weiß nicht, ob er jetzt sagt, wie alt sie war Aber auf dem Foto sieht man sie Und Sie war alt Das heißt Wir kommen hier Nein Amanda kommt hier lebend raus Und wir wahrscheinlich nicht Aber wie sie hier rauskommt Das wissen wir natürlich nicht Hier können wir speichern Verstecken Speichern Eine Knarre Vollgetankt Revolver eingesammelt Wählen sie ihn Ich sollte mal schneller lesen Geringe Energie Ähm Wie wähle ich Sieben Schuss Gut, ich muss rechte Maustaste drücken Um Schlüsselkarte Da ist noch was Ladungspack So, dann gehen wir jetzt speichern Und dann war es das erstmal Wir haben zwar heute wenig geschafft So, dann speichern wir mal Und Aufs Neue Äh Warten wir hier drin Auf ein besseres Leben Hidey-ho Und dann gehen wir jetzt in die Begegnung Ja, da bin ich Ich bin Ja, da bin ich Ich bin Vielen Dank.